Seitdem ich dieses Rezept ausprobiert habe, sind Bäckereien nicht für mich. Also, heute mache ich Dschabatta Brot. Untertitelung des ZDF, 2020 Unsere Dschabatta kann man natürlich auch mit Oliven, getrockneten Tomaten oder Feigen machen. Ich habe mich aber für Walnuss entschieden. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020